1, 2, 3, 4 Musik 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 Ich habe es auch dieses Jahr gemerkt beim Holzpreis das Doppelte als wir voriges Jahr. Und dann mit der blöden Ausrede wegen einer Ukraine-Krieg. Aber mein Holz kommt nicht aus der Ukraine, es kommt aus Österreich. Dass er wahrscheinlich der beste Redner im Parlament ist. Musik Musik Man macht gegen Russland Sanktionen, die was eigentlich der Todesstoß für Europa sind. Ja, wir schießen uns jeden Tag in beide Knie gleichzeitig. Also die Sanktionen bringen genau gar nichts, außer dass Europa dadurch zerstört wird. Sanktionen bringen genau nichts. Das hat man gesehen in Nordkorea, in Iran. Musik 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 Das heißt, die Bürgerbewegung in Österreich. Dann kam etwas, was einmalig weltweit ist in Zuge dieser Bewegung, dass unsere Wiener Polizei geschlossen demonstriert, dass die Bürgerbewegung in den Nationalrat einziehen wird. In den Reden immer wieder die aktuellsten, auch wissenschaftlich immer. Vielen Dank, Herr Klaasler. Sie werden ein sympathischer Präsident geworden, schade. Wie geht's euch? Ich finde es gut, dass sie ohne... ... Untertitelung des ZDF, 2020